Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Bulli und wir sind hier unterwegs zu, ich weiß ja nicht, welche, ach Mist, ähm, welche, 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 ich hab jetzt grad von dem Blackout, genau, welche Unterrichtsstunde irgendwie anschlägt um 9 Uhr, deshalb machen wir einfach die Mission, ich denke mal, also wenn wieder englisch sein wird, dann nur mit eurer Hilfe, aber wenn nicht englisch sein wird und in ein blödes Scheißfach, was ich überhaupt gar nicht machen möchte, dann mach ich das auch nicht und wir sliden zu dieser Mission namens Paparazzi, hab ich grad geguckt und so, was steht auf dem Plan, Erdkunde zu, nein, nein, no, nein, nicht Erdkunde, alles, aber nicht, war das nicht geil, aber nicht Erdkunde, ah ah, da kriegen mich keine 10 Pferde in diese, kann ich das, ich kann das nicht, aufnehmen, oder, kann, warte, warte, wie geht denn das nochmal, ach egal, whatever, so, hier ist nochmal diese blöde Bücherei hier, Paparazzi, ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine Mission wäre, hier haben sollten, ach, da vorne liegt etwas, ach, das ist schon die maximale Kapazität, genau, wir haben ja eine Flaschenrakete oder so bekommen, die möchte ich mal ganz kurz noch zeigen, von dem Anführer hier, von diesem Streber und zwar, oder was ist das überhaupt, er anscheinend irgendwie nur, Stinkbomben, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ne coole Sachen, denke ich mal, und wir starten einfach die Mission Paparazzi, und nein, das hat nichts mit Lady Gaga zu tun, hoff ich zumindest, Ernest? 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 Ja, es ist ein komplizierter Plan, okay, ich brauche ein paar wunderschöne Fotos von dieser Mandy-Gerl. Ich bin sicher, dass du das machst, aber was hat das mit dem zu tun? Oh, oh, das? Das ist nur für die Worte dieses Planes, ich bin überhaupt nicht so. Ich mag das überhaupt nicht so. Du willst mich inkriminierende Fotos von der Head-Gerlieder bekommen, nur für deinen Plan? Die Art von Fotos, die mich in den Jäuel, oder besser? Es ist nicht einfach, der Boss zu sein. Mann, das besser wäre gut. Ich bin nicht gerade der beste Fotograf, aber ich denke, wir schaukeln das. Wir machen das, wir machen exzellente Bilder, in der Umkleidekabine sogar noch, sehe ich gerade. Uiuiuiui, das wird aber was, hm. Oh, oh, hi. So, ich gehe mal nach oben und wähle den Fotoapparat aus, um von der guten, das ist die hier, eine Seite. Schlechtes Foto. Wow. Ich bin der beste Fotograf, den es überhaupt gibt. Gutes Foto. Oh, ein Foto, oder wie? Das war's. Oh. Das erinnert mich an den Film, ähm, Girls United hieß er, glaube ich. Ja, Girls United mit Spirit Fingers. Ja, die sehen wir leider nicht, aber die Gute rennt weg, also müssen wir gehen in den Mädchen, äh, Mädchenschlafsaal oder wie. Oh, wieder spannen. Hm, hab ich doch so gerne. Oh, no. Scheiße, wir schwänzen ja die Schule. Oh, doch die Schule. Dachte ich, ich hab mir schon versprochen. Wir schwänzen, oh, uns darf keine Aufsichtsperson erwischen. Dann ist nämlich Feierabend und dann müssen wir auch schnell weg. Äh, äh, äh. Los. Ah, ich hätte die Abkürzung nach links nehmen sollen. Fuck. Oh. Hier wurde einer umgeboxt. Ähm, lolololol, der hat mich nicht gesehen, weil er befindet ist. So, wieder durch den Geheimeingang durch den Dachboden. Da unten liegt er in einem Paket. Okay. Keine Ahnung. Nicht unser Ding. Wir müssen nur Fotos machen und sie jetzt, ich hoffentlich nicht nackt sehen. Nicht, dass ich noch irgendwas zensieren muss. Ein paar Fotos von Mandy. Das ist doch kein Problem. Hoffe ich zumindest. Was kann ich denn hier machen? Na, genau. Verstecken. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Äh. So, einen auf Solid Snake machen und hier ordentlich mal verstecken. So, wir schleichen? War mit dem Fotoapparat ausgerüstet aber. Am besten. Na, komm schon. Oh, 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 oh. Das war knapp. Wir brauchen noch zwei Bilder. Ach komm schon. Geh doch weg, ey, du alte Schabracke. Ja, so ist brav. So ist brav. Genau so. Oh, oh. Meinst du? Nee, der hat uns nicht gesehen. Fantastisch. Oh, mein Stick klemmt. Nein. Oh, sorry jetzt. Oh, ich dachte, er würde mir jetzt ein ordentliches Verhängnis sein. Wenn einmal der Stick klemmt, dann ist es vorbei. Irgendwie, wenn ich ihn nicht nur leicht antippe, dann... So. Unterricht vorbei. Komm schon. Unerlaubtes betreten. Ja, das ist mir klar. Wo ist denn die jetzt? Hey, hey, die Fotos sind nicht für mich. Was? Hä, wie hätte ich sie sonst fotografieren sollen? Okay. Ähm. Ähm. Unerlaubtes betreten. Das ist mir... Ich weiß nicht, wo ich bin, oder? No! Geh doch weg, du... So. Oh mein Gott. Falsch. Oh mein Gott, nein, das war doch richtig. Oh mein... Oh mein Gott, no! Scheiße. Ähm. Mein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Es tut mir leid. Ich hab doch gar nicht den Feueralarm ausgelöst. Ja, ist gut. Ich muss nachsitzen und irgendwelche Strafarbeiten abklappern, für die ich eigentlich vollkommen... Nicht Rasenmähen! Ich glaube nicht, dass du weißt, was Kindheit bedeutet. Boah, ne. Da hab ich echt keinen Bock drauf. Boah. Lalalala. Also da ist jeder Landwirtschaftssimulator... Oh, ein Zwerg. Landwirtschaftssimulator ein Scheiß dagegen. Ja. Boah, macht das Spaß, Leute. Es ist... Also nicht, dass ihr vor Spannung irgendwie gleich vom Stuhl kippt oder so. Da kann ich dann wirklich nichts für... Ups! So, ich weiß noch nicht mal, wie viel ich da mähen muss. Aber bitte nicht alles. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Lalalala. Da kann ich mähe der Kornkreise rein. Uiiiiiiii! Na, macht das Spaß? Jaaa. Also ich kann mir gar nichts Spaßigeres vorstellen, als hier den Rasen zu mähen. Wir haben noch ordentlich viel Zeit. Und sind schon bei 60% über die Hälfte. Job erledigt. Ja, das sehe ich auch so. So, weg damit. Ah, keine Lust mehr. Strafe abgesessen. Scheiße, jetzt müssen wir eine Mission wieder machen. Aber man... Ich muss mich dann irgendwie wohl verstecken. Oder musste ich sie aus der Dusche aus? Fotografieren? Ich weiß es nicht. Das kamen wir aber gleich. Das mache ich ganz kurz eben noch fix. So, hier einmal durch. Ah, hochfallen ist nicht gut. Die Treppe hochfallen kann auch nur ich. Ach, stimmt. Da, ich muss jetzt erstmal wieder zu dem. Kann ich... Nicht irgendwie so... Neustart. Was ist ein Neustart? Ich habe irgendwie Angst. Alle ungespeicherten Fortschritte... Nein, nein, nein. Yeah! Äh, ne, das möchte ich nicht. Alle unvollständigen... Obwohl, ich könnte dann ja laden, aber ich weiß ja nicht. Äh, sowas ist... Da mache ich wirklich nicht. Nicht, dass am Ende irgendwie noch mein... Speicherstand flöten geht und ich alles von vorne machen muss. Und ihr könnt mich da sicherlich verstehen. So. Ja, ich dich auch. So, lass mich... Gib mir Fotoapparat und lass mich jetzt hier zu der Keule. So, ich mach das so, weil... Ist nicht hier mit aufmachen. Bin ja nicht Hulk. Keiner soll sehen, wie stark ich bin. So. Jetzt schnell nach oben. Ja! Renn um dein Leben! Okay, so. Nein! Nein! No! Du bist mir in die Quere gekommen. Ficker. Yeah! So. Schön von hinten. Yeah, gutes Foto. Passt schon. So, ihr geht's nicht gut. Wir verfolgen sie. Hallo Schlägertyp. Eine neue Stunde fängt an, oder wie? Hm, hm, hm. Mathe 2. Was war noch mein Mathe denn? Ach, genau. Yeah! Nicht so awesome! Laufschlampe. Mathe fängt an. Jetzt aber jucke ich mich ganz kurz an der Nase. So. Laufs Unterricht, oder? Der will sie bestimmt anfassen. Nee, der helfe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt andere Sorgen. Und zwar muss ich hier rein und Fotos machen. Ich bin der Paparazzo. Ich muss Fotos machen für die Mädchen. Ich glaube, ich habe gute Bilder. Kann ich machen. Weil, oh, ist mein Mikrofon überhaupt an? Ja. Super. Wenn mein Mikrofon jetzt ausfällt, dann hätte ich mich ganz schön verkackt. So, zwei Bilder fehlen noch. Das machen wir ganz schnell. Solange es die Zeit noch erlaubt. Noch zwei Minuten packen wir das. Ich hoffe mal. Ich denke mal, das Ganze wird knapp. Aber ich gebe natürlich mein... Oh! Yeah! Wir sind awesome. Wir sind so awesome. Ähm. Kamera, genau. Äh. Gutes Foto. Was bitteschön ist an dem Foto gut? Ah, viel besser. Jetzt bin ich bereit, alle mit meiner Charisma und Popularität wieder zu schlafen. Sie sieht uns doch überhaupt gar nicht. Oh Gott. Mache noch ein Foto. Yeah. Rasiert sie sich etwa die Beine. Bring die Fotos zu Ernest. Ah, ah. Die kommt... Verstecken... Muss ich wohl? Uiuiuiuiui. Geh rein. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. So. Schnell raus. Mädchen, mach keinen Alarm. Alles wird gut. Ich gebe dir nachher einen Kuss. So. Ich denke, ich schaffe es in der Zeit nicht mehr zu Ernest. Aber... Ich gebe die Mission ab und dann sehen wir uns einfach... Oh no! Wow! Gleich wieder im nächsten Part. Oder Moment, vielleicht schaffe ich es ja doch. Da steht noch eine Matte immer noch. Ja, da habe ich gar keine Lust zu. Ach, da vorne ist er ja auch schon. Ja, das könnt ihr dann auch miterleben hier. Mit Perverslinge. Hier, gib mein Geld und gib mir neue Missionen. Mach mal alles schon. So. Streberrespekt. Fünf. Niedlich. Alles klar. Die nächste Mission wartet auf uns Verteidiger der Festung. Sie ist auch da hinten. Ich werde mich da hinbegeben und vor der Mission ganz kurz dann wieder einschalten. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Part. Euer Lubu. Tschaußen. Tschaußen.